In den nächsten Wochen erfahren wir bei Köln 50667 mehr über Maikes Vergangenheit. Die nächsten Wochen wird es spannend um Maike, denn wie es scheint, verbirgt das Köln 50667 Urgestein ein düsteres Geheimnis. In der Vorschau zu Folge 2208, die am 27. September ausgestrahlt wird, heißt es, Maike bekomme überraschend Besuch aus der Vergangenheit, ihre Cousine Lisa steht vor ihrer Tür und bittet sie, mit einer Freundin vorübergehend im Loft unterkommen zu dürfen. Sie will in der Rheinmetropole studieren. Maike ist alles andere als begeistert, sie sucht nach Ausreden, warum es nicht klappt. Doch offenbar findet Lisa bei ihrer Cousine Gehör. So ganz happy wirkt Maike allerdings auch in den nächsten Tagen nicht. Schließlich spricht Sam ihre Freundin auf ein wichtiges Thema an, hat Maike nun vor, Lisa die Wahrheit zu sagen, so RTL 2. Was hat es mit dieser Wahrheit auf sich? Was ist geschehen, dass Maike ihre Cousine am liebsten gar nicht Unterschlupf gewährt hätte?